Peter haut ab. Peter lebt mit seinen Eltern im Wupp. Peter ist nämlich eine Assel. Das Wupp ist ein Waller Umweltpädagogik-Projekt. Vor dem Haus hänselt Peters Vater Peter, weil er so klein ist. Peters Vater sagt, Mann bist du klein, und hält Peter hoch. Peter denkt, geh mal weg, Bigfoot. Dann lässt er Peter runter, und Peter haut ab. Dann ruft Peters Vater, Patty, komm, Peter haut ab. Auf der Flucht sagt Peter, da lang geht's nach Assel City. Er rennt weiter und wird von der Assel-Polizei aufgehalten. Sie fragt, warum bist du alleine hier? Ich wurde von meinen Eltern verstoßen. Da kommen Peters Vater und Peters Mutter. Die Assel-Polizei sagt, sie haben ihr Kind verstoßen, deswegen kommen sie in den Assel-Knast. Danach sagt sie zu Peter, aber das ist noch lange kein Grund abzuhauen. Peter tritt ihnen gegen das Schienenbein, und so kommen sie alle in den Assel-Knast. Peters Vater sagt, Finzling, sei leise. Hört auf zu streiten, nur wegen euch sind wir hier. Sie werden von den Menschen geholt und freigelassen. Tschöne. Untertitelung des ZDF, 2020